Hier ist auch ne Truhe. Okay, dann kann ich ja jetzt... Ach, machen wir jetzt mit dem geilen Krieg. Und fahren natürlich mit der Kutsch dorthin. Ups, tschuldigung. Warum gibt mir das nicht mit diesem Weg vor? Naja. Es gibt bestimmt schlimmere Wege, da hinzukommen. Wie zum Beispiel die ganze Stadt zu rennen. Ach ja, hier ist der Linksverkehr. Oh, ein weiter. Ich hänge Zettel, ähm, nie mehr. Und... Genau. Und wir kontrollieren den bitte. Das wissen Sie noch nicht. Aber hey, wenn Sie es gleich wissen, dann laden wir Sie auch eine, zwei, drei. Wir haben sich bereits um Mr. Lynch gekümmert. Nun stehen nur noch seine treuen Handlanger zwischen Ihnen und The Strand. Viel Glück. Auf. Jetzt können wir uns diesen Bauer holen. Ich bin. Ich bin. Die Schleißers! Ladies and Gentlemen! Sascha? Wir sind Evie und Jacob Frey! Und von diesem Moment an... ...arbeitet ihr... ...für uns! Police! Ja. Strand-Arobat. Ich hab 7000, ich hab Fähigkeiten. 6. Ich brauche aber nur 4. Yay! Für die A brauche ich auch noch 6, ja? Gänge Upgrades gibt's auch noch keine für 7000... Äh... Fähigkeiten... ...komme... in... 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 ...in... In... In... ok das muss ich noch zusammenkriegen ok jetzt bin ich hier oben wird aber gern wieder nach da unten mit dieser wunderbaren haben wir hier und dann geht es in die nächste story geschichte die wir dann machen ich rede ist ja da war ja noch was zu zählen und wenn das verplaner drungen sprechen westminster müssen wir auch noch wollen was das erschwörung um david und dickens okay jetzt habe ich zu stellen also hier mal schnell wieder das geld aus dem zug und hoffe dass ich genug geld habe mir diesen komischen zu holen und da mit mache ich dann mehr jetzt nicht vergessen die beiden das anzulegen hier ist anscheinend ein brief für jacob wo denn ich hatte was meine verkehrsbehörde keine sorge ich habe sie in bestem zustand hinterlassen ich musste jetzt genug geld haben für den handschuh den handschuh danke und ich kann ihn sogar verbessern den handschuh weißt du wo der brief für jacob ist okay dann nicht okay dann machen wir halt nicht mit dem hier und da oben ist ein zebron seit achtmal haben zu webra haben kann ich mal ein zebra haben neben den unschaltern gab es in vielen betrieben ein schreibtisch vor der arbeit der gleich einen jahr klappt eine art von arbeitern selbst bestriebene krankenkasse einzahlen konnte ich werde jetzt den fallecken ich habe jetzt den falle ich meine im 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 Ich darf jetzt nicht in die falsche Ecke, ne? Ich laufe in die falsche Ecke. Ich hab die Planländer noch nicht mal markiert, so. Ups. Dankeschön. Ein schöner Katz in London. Gut, dass ich inzwischen ja weiß, dass das eh ein Hinweis ist auf den nächsten Teil hier in... ...Köpt'n. Ach so, komm mit ihr, bitte. Big Ben. Okay, ich dachte schon. Fragen Sie mir nochmal, wo wir hingehen? Ich fand einen Brief der Prinzgemahlin oder Lucy Thorns Recherchen. Mit den gleichen Insignien wie ihr Schlüssel. Aus 1847. 1847? Im selben Jahre Befall der Prinz umbauten am Buckingham Palace. Sie glauben, er ließ das Tuch dort verstecken? Nun, es gibt keine Karte des Palastes mit einem Raum namens Geheimes Gewölbe. Eure Hoheit. Darf ich vorstellen? Miss Evie Frey. Miss Frey. Maraja Dulep Singh. Es ist mir eine Ehre. Mein Freund, die Pläne um die Sie baten wurden entfernt. Entfernt? Von wem? Crawford Staric. Jedenfalls in seinem Auftrag. Ja, ich dachte mir, Sie kennen den Namen. Ich weiß, wo er ist. Aber er wird streng bewacht. Der Teil dürfte kein Problem darstellen. Dachte ich mir. Vielen Dank. Okay, und jetzt? Wir werden einen Plan brauchen. Ich sorge dafür, dass die Wachen abgelenkt sind, während Sie einen Weg hineinsuchen. Oh. Wirklich? Für Sie, Miss Evie, tue ich das gerne. Nun? Sobald ich drin bin, suche ich jemanden, der weiß, wo die Papiere sind. Und wir treffen uns im Zug. Pass auf dich auf. Woah. 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 Henrys Ablenkung zweimal nutzen. In diesem Gebiet gibt es eine Alarmglocke. Es ist so verführerisch, aber ich muss noch kurz warten, bis der andere Typ sich umdreht. Was er wohl nicht tut. Doch tut er. Was? Der Wani hier. Wie kann ich denn seine Ablenkung nutzen? Wie kann ich denn seine Ablenkung nutzen? Hä? Was hat das? Hm. Muss mich recht daran haben. Ich glaube, da war kein Kollege von mir. Mal sehen, was das für ein Geräusch war. Ich werde... Nacht, ich werde mich mal deswegen probieren. Man, ich werde mich nicht mehr probieren. Das machen sie nicht. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Was will das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? durcheinander der wagen wurde abgedrängt die müssen es eigentlich haben also hier ist echt ich dachte gerade das werden irgendwie so ein schatten aus erinnerung okay ja wohl ja menschen überfahren sie auch ja schon gemacht also im spiel in echten natürlich nicht weil mit dem fahrrad wird das ein bisschen schwierig und sie zu stellen öffentliches eigentum ich bin auf der richtigen spur aber schein habe ich nicht wozu auch eh gibt es so viele autos auf der straße ich weiß nicht ob man die 50 meter zu bäcker fahren muss andere seite mit kindern ist es schon schwierig jetzt nur noch henry finden deswegen bin ich ja zu dir gekommen okay ich fange mal mit dem an der hier um die ecke ich weiß überhaupt nichts über diese kutsche aber hier passieren schon den ganzen tag komische dinge hier laufen jede menge merkwürdige leute herum alle schwer bewaffnet gefällt mir ganz und gar nicht ja auch nicht und ich habe wenig naja kann ich erst mal so machen mal was hast du denn hier ja ich sah wie sie jemanden aus der kutsche gezerrt haben nachdem das rad abfiel die sagten er sei gestürzt keine ahnung warum sie ihn dann in die kirche brachten aber da gingen sie hin welche danke alle drei reagieren und wer kommt zuerst die anderen beider zu sehen hat sie was gesehen madame Was hab ich jetzt mit der Dame da riefen? Hey. Wachen mit hängenden Fässern. Ein Eindringling! Nein! Jetzt vielleicht.